Hallo und herzlich willkommen zurück zu Half-Life 2. Und ich habe glaube ich gespeichert gehabt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist nichts, okay. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit dem Gordon. Ja, wir sind das letzte Mal durch die Kanalisation. Da ist noch was. Für Floon. Trifft er eh nicht. Ähm, ja, und sind immer noch auf dem Weg hier durch die Kanalisation und jetzt hier irgendwie runter. Ich weiß zwar nicht warum. Aua. Und in welche Richtung? Aber es wird schon seine Richtigkeit haben. Irgendwo hier lang zu fahren. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ach du, ach du Kacke. Äh. Nein, nicht du. Nein. Wir müssen ja auch wieder rüber. Da am besten, ne? Oh yeah. Ich bin Gordon. Und ich habe hier ein Wasser-Dingsbums. Das schaffen wir. Da ist das Loch. Weg hier. Oh, ja, ja, ja. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Hm, das war nicht so gut. Alter Falter, ey. Da oben waren sie auch mit Raketenwerfer oder so. Was? Okay, es lädt wieder. Ich will nicht, dass es lädt. Ja, die Lampe ist ja phänomenal. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, hier ist ein Kran. Der Kran. Ah. Genau, jetzt verstehe ich's. Ja, okay. Kein Problem. Guck. Den ganzen Kram. Schmeißen alles rein, was wir so finden. So, liegt hier noch irgendwas rum? Nö, eigentlich nicht, ne? Äh, da ist ein Windrad. Da oben. Die kommen wir da hin. Hier bestimmt drüber, oder? Wusste ich. Wusste ich doch. Gefällt mir alles gar nicht. Scheiß Vieh. Da geht's hoch. Dann hier rüber. Hoppala. Hier rüber. Und hier rüber. Da kam bestimmt die Waschmaschine. Seht ihr, wie gut ich bin? Ich bin der Rätselfuchs hier. Uh. Dann können wir hier rüber heizen. Mio. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht so schwer, das Rätsel, aber... Man weiß ja nie. Auf jeden Fall. Ich würde es nicht glauben, wenn ich das nicht selbst sehen würde. Mach's Tür auf. Äh, Tor auf. Los, Beeilung. Wir müssen die Zelte abbrechen und schnellstens weg. Hallo. Grüße an Dr. Freeman. Ja. Komm nur rein. Ich zeig dir, was auf die Zukunft. Alles klar. Aber erstmal... Mach ich die Kisten kaputt. Hihi. Los. Ah, okay. Sprich. Da. Eli ist hier versteckt. Direkter Perimeter mitten im alten Wasserkraftwerk. Ne. Aber wenn der Jagdschrauber an dir dranhängt, kommt man da praktisch nicht hin. Die gute Nachricht. Der Votegon bringt das Luftboot gerade auf Vordermann. Danach hat es noch mehr Feuerkraft. Ich glaube, er wird gerade fertig. Raus jetzt. Noch mehr? Alter, was machst du da? Bitte sehr. Diese Waffe war auch mal in so einem Jagdschrauber montiert. Ist fast sowas wie Ironie des Schicksals, oder nicht? Hehehe. Oh ja. Der Schrauber runter und es sollte möglich sein, Eli zu erreichen. Ich nehme diese Waffe. Oder er nimmt Schaden auf den Weg. Mache ich. Aber dann mache ich Schaden auf andere Weise. An andere Menschen. Beziehungsweise an den Kommereinen. Ja, ja. So. Ja, Urlaub, Freunde. Urlaub. Ich war es nicht. Hier ist ein Haufen Schrott. Wie kriege ich jetzt das Türchen auf? Ach, hier. Wir müssen weiter. Wir müssen hier weg, bevor wir erfasst werden. Ja, und warum hast du denn nicht das Türchen? Oh, mein, ey. Adieu, Dr. Freeman. Wieder Freiheit. Was ist denn eigentlich, Doc? Alter. Geil. Oh, nötig Munition. Wie fett ist das denn? Komm her. Ach, was soll's. Lass uns loslegen. Juhu. Kazam. Jetzt wird hier aber einer böse. Oh, 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 oh. Warte mal, warte mal, warte mal Nehm ich doch, nehm ich Das war's, alles klar Mach's Türchen auf Rinn in das Ding und Attacke Alter Ich hab dich gefragt, ob du Gehnerd bist Ja, ist er Ich kann mich hieran überhaupt nicht die Bohne erinnern Aber geil Das Ding macht Spaß, macht richtig schön Action jetzt Genau die Tunnel-Action, die man braucht Da war doch grad ne Kiste Na, wer sagt's denn Okay, mit dem Treffen hab ich's noch nicht raus, aber au 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 Alter Mann, 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 Mann Dann gucken wir mal, was hier abgeht Oops Stirb Hässlichen Viecher Ah, okay, im Versteck Mehr gab's jetzt hier nicht, ne? Nö Okay Dann zurück zum Boot Lalalalalalalalalala Au, warte mal, da geht's hoch Mann, nee Und Rinnentunnel Schön durch die Gegend geschleudert Cool, die Lampen können wir ja die ganze Zeit anlassen, oder was? Tschüss Tschüss Aua Alter Alter So Sag mal Habt ihr was an den Ohren, Freunde, oder was? Ich hab doch hier so ein Baller-Ding Habt ihr doch gar keine Chance gegen mich Okay Okay, ich glaube, da müssen wir durch Alter, 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 alter Von einem Dachs Komm mal an den ran Ein AP, das war's für uns Ja Okay Das heißt, wir fahren rein Und müssten dann theoretisch Ja 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 Beseitigen wir jetzt als erstes den da Okay, den Zweifel wird jetzt erledigt haben, oder? Ne, doch noch nicht Jetzt ist er erledigt Und dann kommen wir uns in den dann Jawohl, so einfach Komm nicht gleich so Hm? So, jetzt die Frage Wie kommen wir da drauf? Wir müssen da hoch Hier bringt uns das nichts Hier Voila Können wir da jetzt durch Bam, 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 bam Ja, ja Ist jetzt nicht so Wild, das Spiel Also so schwierig Aber doch, äh, ja Ist schon, äh Ich lenke da links Und brenze Ja, okay Voila Ups Ich will jetzt endlich mal langsam zu Alex Und nicht die ganze Zeit hier mit soem Boot rumfahren, oder? Aber wobei, das Wasser ist ja ganz schön, ne? Ah, nimm, 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 nimm Schick, wie sich alles aufbaut Woіль Das ist ja gar nichtкими Das ist ja gar nicht Alter, alles gut. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Äh, ne. Ohne mich, Freunde. Ohne mich. Ohne, 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 was, 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 was? Oh, oh. Lass mich, lass mich. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Oh, verdammte Kacke. Aua, 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 ja, ja, komm schon, töte uns jetzt. Ja, mhm, ja, ja, mhm, danke. Verdammte Axt aber auch. So, wo ist Mr. Pine nicht jetzt? Smes. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 6, 9, 10, 9, 10. Ja, ne, ist klar, Digga, ist klar. Okay, wir locken den Kanal einfach mal drüber. Jetzt kommt er hier, ja genau, jetzt fährt er hier mit rüber. Das, was du kannst, kann ich auch, mein Freund. Das Spiel kann ich sogar ein bisschen besser als du eigentlich. Komm schon. Sag ich doch, dass ich das Spiel besser kann. So, und wo entfernt sich jetzt hier welches Tor? Wo müssen wir denn jetzt hin? Da rüber? Kann das sein? Da, gucken wir uns erstmal hier was an. Ich glaube, wir müssen da hinten rüber springen, oder? Oh, lass dir. Oh, lass dir. Oh, lass dir. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wir müssen jetzt aber die öffnen. Damit wir die öffnen können, müssen wir da hinten hoch, oder? Hier nicht? Nein. Hier nicht? Ich neuf. Ah. Ah. Äh. Wir müssen irgendwo rüber springen, oder? Wir könnten auch hier hoch, ne? Gehen wir einfach mal hier hoch. Und drehen hier am Rad. Und beiden ist ja jetzt auch die Folge schon zu Ende, oder? Mal gucken, wenn ich das veröffentliche. Vielleicht Dienstag und Donnerstag. Und Platsch und... Naja, geht doch. War doch einfacher als gedacht. Oh, ob der Pauze macht. Habe ich schon mal gesagt, dass ich euch hasse, aber ich combine. Wobei ihr schon verdammt cool seid. Oh, ups. Oh, verdammt. Geil. Guck mal. Richtiges Munitionslager. Ja, das ist natürlich dann der Punkt, wo wir Pause machen, ne? Also, wir speichern dann das Ganze hier und, äh... Dann würde ich auch sagen, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich bei, ähm... Demnächstem... Mal. Also, bis dahin Bye-bye. Undban... Bye-bye. Bye-bye.